Oktober 2019 klischeehaft penetrant. Kennen Sie diese unerträglichen Bilder? Einen dynamisch lächelnden Erfolgstypen, zwar im Anzug, heute jedoch ohne Krawatte und mit Turnschuhen, der samt Laptop-Tasche problemlos eine Hürde überspringt oder im Fosperi-Flop eine Hochsprunglatte überquert. Oder zwei Business-Profis, die sich erfolgreich den Staffelstab übergeben. Während der eine den Staffelstab noch fest im Griff hat, demonstriert die erwartungsvoll geöffnete Hand des anderen, dass es sich hier um Schnittstellen-Profis handelt. Hier kommt kein Zweifel auf. Als professionelles Team hat man die Wertschöpfungskette in jeder Hinsicht im Griff. Oder eine Frau im dunkelblauen Berater-Outfit, die mit dem Tablet in der Hand souverän die Sprossen einer Karriereleiter erklimmt. Oder der Händedruck zwischen Kunden und Lieferanten in Nahaufnahme, der unmissverständlich zeigt, dass hier ein partnerschaftliches Verhältnis auf Augenhöhe gepflegt wird. Einzelne Produkte werden auf diesen Bildern nicht gezeigt, weil der Lieferant sich selbstverständlich als ganzheitlichen Problemlöser versteht. Musterbrecher sind mehr denn je davon überzeugt. Diese eingängigen Bilder wirken ermüdend und werden der komplexen Realität nicht gerecht.